Mein Name ist Greg und ich bin von der Grenze und ich bin heute echt gegründet. Wie hast du dich informiert hier? Wir haben schon diverse Broschüren an der Post geschickt. Die habe ich mir angeguckt. Da habe ich vielleicht ein bisschen in der BIA immer hinterlegt. Da habe ich geschaut, am Internet Informationen zu fahren und im Radio zusammen gesammelt. Was ich sofort habe.